Ja, grüß Gott, ich bin Dr. Waltraud Berle, Life Coach in München und Stuttgart, seit über 20 Jahren und seit einigen Jahrzehnten als Frau auf der Welt, weil ich einfach so geboren wurde, mit allen Attributen einer Frau. Aber jetzt haben sie mich abgeschafft, habe ich gelesen, diese Grünen. Lieber Gott, befreie uns doch von diesem Irrsinn, der sich da austobt. Man kann ja gar nicht an sich halten. Das ist ja furchtbar. Diese Leute sind übergeschnappt. Das ist ja ungeheuerlich. Wir haben eine Ampelregierung, die nur deswegen uns mit diktaturähnlichem Wahnsinn überschütten kann, weil zwei Parteien, die auch nicht gerade sehr große und wichtige Parteien sind, die Roten und die Blauen, die diktatorischen, sozialistischen, herrschsüchtigen, persönlichkeitsgestörten Grünen mit ihren 14,8 Prozent ermöglichen uns lauter Irrsinn, um die Ohren zu hauen. Und das jeden Tag. Also es reicht, ja. Ja gut, das Neueste jetzt, die Abschaffung der Frau. Diese sogenannte Familienministerin namens Paus von den Grünen hat jetzt in einem Interview gesagt, eine Frau ist eine Person, die sich dafür hält. Genau. Leute, was soll denn dieser Schwachsinn? Das muss doch aufhören. Das muss doch irgendjemand was dagegen tun. Und wenn wir nichts selber dagegen tun, zum Beispiel durch einen Steierstreik, um diesen Wahnsinnigen das Handwerk zu legen, da muss man, hilft nur noch beten. Lieber Gott, hilf uns. Gib uns Ich-Muskeln. Es gibt auch noch eine ordinärere Version dieses Satzes. Ich bleibe aber dabei als Life-Coach. Gib uns stärkere Ich-Muskeln und gib uns vor allem Verstand. Aber ich glaube, die Mehrheit hat Verstand. Denn 85 Prozent der deutschen Wahlberechtigten haben diese Grünen, die uns hier beballern mit ihren mentalen und intellektuellen und seelischen Defiziten, nicht gewählt. 85 Prozent haben diese Leute nicht gewählt. Merken Sie sich das bitte. Die haben nicht das Recht, uns dermaßen zu schikanieren. Eine Frau ist eine Person, die sich dafür hält. Na toll, dann gehen die Männer aufs Frauenklo, weil sie sich heute am Dienstag, also heute ist jetzt Montag, aber es könnte ja auch Dienstag sein, zufälligerweise gerade mal für fünf Minuten für eine Frau halten. Und da tun sie dann die nächsthereinkommende Frau vergewaltigen, die keine Chance hat gegen einen Mann. Normalerweise sind Männer stärker. Es liegt am Testosteron. Und Frauen haben Östrogen und deshalb auch keinen Bart und keine Haare auf der Brust. Gott sei Dank. Und weichere Haut. Und eine andere Mentalität. Und nicht alle sehen so grösslich aus wie viele von diesen Grünen. Ja, weil die halt identitätsverloren sind, diese Leute. Und deshalb muss man dann diese Hochfotografen und diese Visagisten engagieren. Das ist ja grauenhaft, grauenhaft, grauenhaft. Ich will, dass das aufhört. In Amerika hebeln sie den Sport aus, weil irgendwelche unbegabten Männer jetzt auch behaupten dürfen, sie seien eine Frau. Und dann machen sie Schwimmen bei den Frauen. Hochsprung bei den Frauen. Den ganzen Sport bei den Frauen. Ja, da kommt dann der muskelbepackte Schwergewichtsboxer, weil Body Positivity ist ja da auch da. Alle fetten, dicken sind schön. Ja, das muss man ja jetzt sagen. Das ist Body Positivity. Und wenn man sagt, Leute, die sind einfach zu dick und ungesund und die kriegen Herzinfarkt und alles Mögliche, hohen Blutdruck. Und was weiß ich, was die Dicken alle noch kriegen, das ist ja bekannt. Dann ist mein Body negativ. Genau. Und dann machen die selbsternannten Frauenboxer die echten Frauen kaputt. Was ist denn da los? Hey, Leute. Ich meine, ja, ja, man kann natürlich auch lachen drüber. Aber ich kann jetzt schon gar nicht mehr lachen drüber, weil es ist nicht komisch. Es ist nicht komisch. Und ich fühle mich, oh, ich fühle mich vom wirklichen Leben abgelenkt durch diesen ganzen Schwachsinn. Diese Gasheizungen, Ölheizungen sollen verschwinden. Die Kernkraftwerke wollen sie abschaffen. Dann wollen sie die Steuerreform, eine Steuerreform machen, aber wahrscheinlich nur, um noch mehr Geld abzuzocken, anstatt mal die Sache strukturell nach Freiheitskriterien zu untersuchen. Dann wollen sie die Genderideologie in den Kindergarten tun. Hallo, ich bin Oma, ich habe eine kleine Enkeltochter, die wird jetzt am Donnerstag ein Jahr alt und muss jetzt auch schon in den Kindergarten, obwohl ich dagegen bin. Aber die Eltern, nein, die wollen es halt. Sie finden, das ist sozial nett und goldig, ja, süß. Aber ich habe gesagt, passt mal auf, dass sie das kleine Mädchen dort nicht ideologisch schon infiltrieren mit irgendwelchen Sexspielen und scheußlichen Broschüren. Hey, hey, das ist alles nicht gottgefällig. Das ist pervers, krank. Diese Leute haben meines Erachtens überwiegend gestörte Beziehungen zu ihren Eltern, Persönlichkeitsstörungen, haben Identitätsprobleme. Mir fällt schon auf, dass eigentlich jetzt bei den Grünen keine Schönheiten zu finden sind. Ja gut, was ist jetzt das wieder? Das ist schon wieder Body-Negativity, ja. Aber es ist doch so, dass häufig Leute, die sich selber für hässlich erachten, dieses kompensieren müssen, indem sie auf die Pauke hauen und andere versuchen zu dominieren, zu kastrieren, zu entrechten, zu fernzusteuern. Lieber Gott, please, bitte, bitte, bitte. Gib uns die Kraft und den Willen, dies zu beenden. Das muss doch aufhören. Ich möchte wieder in einem schwingenden, glücklichen, intelligenten, gut regierten, gut geführten, lebenszugewandten, respektvollen Land leben mit Menschen, die sich gegenseitig achten und die auch, ehrlich gesagt, Ehrfurcht haben vor der Schöpfung. Oh, was können Sie denn tun? Was denken Sie denn über diese ganzen Sachen? Man kann nicht einfach so tun, als wäre nichts. Das ist kindisch. Das machen nur Kinder. Oh, ich mache die Augen zu, dann bin ich weg. Das ist kindisch. Wir sind erwachsen. Wir müssen etwas tun. Die Linne Iron Die Linne Die Linne